Für mich als Münchner ist es natürlich unglaublich, dass ihr Kiosks und Supermärkte habt, die auch unter der Woche und am Wochenende einfach mal bis 24 Uhr offen haben. Das ist komplett verrückt. Spätis heißen die, Spätis und die haben rund um die Uhr manchmal geöffnet. Ja, aber sogar der Tengelmann hat ja bis 24 Uhr offen, was so für mich komplett out of this world ist. Also ich glaube, ihr seid auch die einzigen in Deutschland, ich möchte da korrigiert werden, aber das war für mich immer komplett fassungslos, das kannte ich nur aus Amerika.